In diesem Tutorial werden wir uns eine vollständige Kurvendiskussion für eine E-Funktion anschauen. Bevor wir gleich loslegen, sollten wir erstmal klären, welche Elemente der Kurvendiskussion überhaupt hier besprochen werden. In erster Reihe Symmetrie. Dann die Achsenschnittpunkte, damit meine ich natürlich die Schnittpunkte mit der X- und Y-Achse. Dann das Verhalten im Endlichen, womit man bei der E-Funktion gegebenenfalls auch die Asymptote festlegt. Extrempunkte, Wendepunkte und am Ende, mit Hilfe dieser Eigenschaften, werden wir natürlich die Kurve skizzieren. Einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Unten auf der Zeitleiste bei diesem Video könnt ihr auch gezielt zu diesen einzelnen Themen springen. Und oben links in der Hecke seht ihr jetzt die E-Funktion, die wir untersuchen werden. Und wie bereits erwähnt, die erste Eigenschaft, die wir anschauen, ist Symmetrie. Auf der rechten Seite zur Erinnerung, es gibt zwei Arten von einfacher Symmetrie, die man normalerweise untersucht. Einmal die Symmetrie zur Y-Achse und einmal die Punktsymmetrie zum Ursprung. Diese zwei Überprüfungsansätze, was ihr auf der rechten Seite seht, findet ihr in jeder Merkhilfe bzw. Formelsammlung. Und damit legen wir los, genau in der Reihenfolge, wie es hier vorgeschrieben ist. Also, als erstes überprüfen wir die Y-Achsen-Symmetrie, indem wir f von x und f von minus x vergleichen. Das heißt, f von x haben wir bereits. Das einzige, was wir noch bilden müssen, ist f von minus x. Und das ist relativ einfach. Man ersetzt einfach das x in der Gleichung überall mit einer Klammer mit minus x. Entsprechend haben wir dann 4 mal minus x hoch 2 mal e hoch minus und dann Klammer auf minus x. Diesen Term tut man dann am Ende so weit wie möglich zusammenfassen. Also, die 4 bleibt 4, minus x hoch 2, das Minuszeichen verschwindet wegen der hoch 2, dann wird es so ein x². Und oben Exponenten minus minus ag wieder plus. Also mal e hoch x. Wenn wir jetzt diese Funktion mit unserer Anfangsfunktion vergleichen, dann merken wir ziemlich schnell, dass sie nicht identisch sind. Somit ist die Funktion nicht y-Achsen-Symmetrisch. Also, wir könnten sagen, hier keine y und ich kürze ein bisschen ab, Achsen-Symmetrie. Naja, wenn es nicht achsen-Symmetrisch ist, vielleicht ist es punkt-Symmetrisch. Schauen wir uns zu unserem zweiten Ansatz. Bei dem zweiten Ansatz haben wir auf der rechten Seite genau das gleiche, also f von minus x. Das bedeutet, ein Teil dieser Formel ist auch erledigt. Das einzige, was wir noch brauchen, ist dieser Minus f von x auf der linken Seite. Und dieser Term ist sehr einfach zu bilden, indem wir einfach ein Minus vor der ganzen Funktion setzen. Das heißt, Minus f von x ist dann Minus und dann kommt unsere Funktion f von x, 4x² mal e hoch minus x. Theoretisch könnte man jetzt versuchen, das Ganze irgendwie noch zusammenzufassen und das geht in diesem Fall nicht. Und diese Funktion, die hier entstanden ist, ist auch nicht identisch mit dieser Funktion, die wir hier haben, also f von minus x. Deshalb, mit gutem Gewissen können wir sagen, dass diese Funktion auch nicht punkt-Symmetrisch ist. Also keine, ich kürze mal ab, ps, also Punkt-Symmetrie. Damit wäre die Symmetrie erledigt. Unser nächster Punkt sind die Achsenschnittpunkte. Und hier für den Anfang betrachten wir erstmal, oder berechnen wir erstmal die Schnittpunkte mit der x-Achse oder häufig auch als Nullstellen bezeichnet. So, bei dem Schnittpunkt mit der x-Achse muss man natürlich für f von x oder für y den Wert 0 einsetzen. Und das bedeutet, wir nehmen die Funktion, die hier steht, 4x² mal e hoch minus x und setzen das Ganze gleich 0. So, jetzt stellt sich die Frage, wie löst man diese Gleichung? Ganz einfach, mit dem Satz vom Nullprodukt. Wir haben hier ein Produkt aus zwei Terme, was 0 ergibt. Das bedeutet, theoretisch könnte jeder dieser Terme 0 sein. Mal sehen, ob das möglich ist. Also, ich nehme jetzt die linke Seite von diesem Produkt und setze es gleich 0. Da haben wir 4x² ist gleich 0. Naja, wir teilen durch 4 und somit haben wir x² gleich 0. Und dann ziehen wir die Wurzel und Wurzel aufs 0 ist 0. Damit hätten wir auch unsere Lösung oder unsere erste Lösung theoretisch. Und zwar x ist 0. Dann die e-Funktion muss ebenfalls theoretisch 0 gesetzt werden. Allerdings, eine e-Funktion kann nie 0 sein. Kurz zur Erklärung auf der rechten Seite. Das hier ist das Schaubild der e hoch minus x-Funktion. Und wenn wir diese Kurve ein bisschen betrachten, okay, auf der linken Seite gibt es eh keine Nullstelle. Aber auf der rechten Seite, die nähert sich zwar der x-Achse, wird sie aber nie erreichen oder schneiden. Und das nennt man auch asymptotische Verhalten. Das klären wir dann gleich bei dem nächsten Punkt. Allerdings, die Schlussfolgerung ist, die e hoch minus x-Funktion kann niemals 0 sein. Auch nicht negativ. Deshalb bringt dieser Ansatz keine Lösung mit sich. Kurz gesagt, wir haben nur eine Nullstelle und somit nur einen Schnittpunkt mit der x-Achse. Das können wir so angeben als 0'0. Der Schnittpunkt mit der y-Achse ist meistens sehr schnell erledigt, weil auf der y-Achse der x-Wert immer 0 ist. Also, nur das müsst ihr euch merken und entsprechend für x in die Funktionsgleichung 0 einsetzen. Wenn wir das in unserer oberen Funktion machen, also 4 mal 0 hoch 2 mal e hoch minus 0 und das zusammenfassen, kriegen wir ebenfalls 0 raus. Also, das ist jetzt hier nur ein Zufall. Der Schnittpunkt mit der y-Achse ist identisch mit unserer Nullstelle. Das muss natürlich nicht immer so sein. Übrigens, nun mal am Rande. Diesen Schnittpunkt mit der y-Achse gibt man normalerweise an mit sy und der ist in diesem Fall identisch mit unserer Nullstelle. Unser nächster Punkt ist das Verhalten Unendlichen. Und das ist vor allem in Verbindung mit der e-Funktion häufig eine sehr interessante Sache. Durch das Verhalten Unendlichen ermittelt man bei den meisten e-Funktionen auch die waagerechte Asymptote. Wieso bei den meisten nicht ihre e-Funktion, vor allem wenn sie so gemischt sind wie unsere hier, besitzen auch eine waagerechte Asymptote. Aber die meisten. Und wir werden uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, was damit gemeint ist. Davor müssen wir uns aber eine Kleinigkeit in Erinnerung rufen. Und das mal wieder auf der rechten Seite. Was sich hier sieht, ist das Schaubild der natürlichen Exponentialfunktion, also der e hoch x-Funktion, so wie hier angedeutet. Und bevor wir mit unserer Funktion loslegen, sollten wir uns erstmal erinnern, wie es aussieht bei diesen normalen e-Funktionen mit dem Verhalten Unendlichen. Das bedeutet, wir schauen einmal für x gegen Plus Unendlich und einmal für x gegen Minus Unendlich. Wenn wir jetzt die e hoch x-Funktion für x gegen Plus Unendlich betrachten, also von der y-Achse nach rechts ausgesehen, dann merken wir, dass die Funktion nach oben geht, also gegen Plus Unendlich. Vereinfacht könnten wir das so festhalten und sagen, e hoch Unendlich ist gleich Unendlich. Das ist so eine Art Grenzwertsatz, nennt man das. Also eine vereinfachte Darstellung für dieses Verhalten Unendlichen. Die linke Seite ist deutlich interessanter. Wenn wir die e-Funktion auf der linken Seite betrachten, dann merken wir, die geht ja nicht nach oben, nicht nach unten. Sie nähert sich nur gegen die x-Achse. Und die x-Achse hat den y-Wert Null. Das bedeutet, dass e hoch Minus Unendlich, vereinfacht gesehen, sich gegen Null nähert. Und diese zwei Schlussfolgerungen werden wir jetzt auch zwischendurch bei unserer Funktion hier auf der linken Seite brauchen. Also, ich werde zuerst für x gegen Plus Unendlich das Ganze betrachten. Übrigens, mal so am Rande, es gibt verschiedene Schreiweisen für dieses Verhalten Unendlichen. Ich nehme jetzt diesen klassischen mit den Pfeilen, aber man kann das Ganze auch mit Limes hinschreiben. Das ist völlig egal, wie für die Abiturprüfung zum Beispiel ist alles erlaubt. Also, wir sagen, für x gegen Plus Unendlich gilt f von x oder geht f von x gegen. So, und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass wir oben unser Funktionsterm für x Unendlich einsetzen. Und was ich jetzt gleich mit grün hinschreiben werde, gehört nicht zum Lösungsweg, sondern das ist die Denkweise, die man benutzt, um dieses Verhalten Unendlichen zu ermitteln. Also, wir haben gesagt, wir setzen gedanklich für x Unendlich ein. Und wir tun das nicht nur gedanklich, sondern auch schriftlich. Dann haben wir 4 mal Unendlich hoch 2 mal e hoch minus Unendlich. So, wir haben hier zwei Themen, die uns interessieren. Einmal das Unendlich hoch 2. Unendlich hoch 2 ist natürlich unendlich. Mal 4 genommen ist ebenfalls unendlich. Also, wir könnten sagen, hier kommt Unendlich raus. Und e hoch minus Unendlich, ja, das haben wir hier auf der rechten Seite schon geklärt, es läuft gegen 0. Das bedeutet, hier haben wir 0. Entsprechend ergibt dann Unendlich mal 0 tatsächlich 0. Und das ist unser Ergebnis für das Verhalten Unendlichen. Also, die Funktion f von x läuft gegen 0. Und übrigens, wenn beim Verhalten Unendlichen eine Zahl rauskommt, es ist völlig egal, ob 0 oder irgendeine andere Zahl, ist das gleichzeitig auch die waagerechte Asymptote von diesem Schaubild. Und die gibt man normalerweise mit y an. Also, wir können sagen, y gleich 0 ist die waagerechte Asymptote. Ich kürze mal jetzt ein bisschen ab hier aus Platzgründen. Gut. Wir haben jetzt das Verhalten für x gegen plusunendlich betrachtet. Jetzt können wir das Ganze gegen minusunendlich betrachten. Also, wir haben dann x gegen minusunendlich gilt f von x gegen. Und jetzt werde ich natürlich wieder mit grün die Denkweise erstmal hinschreiben. Also, wir haben dann 4 mal minusunendlich hoch 2 mal e hoch minus und dann in Klammer wieder minusunendlich. Okay, betrachten wir auch jetzt die linke und die rechte Seite. Minusunendlich hoch 2 ergibt ja plusunendlich, weil das Minus wegen der hoch 2 verschwindet. Und unendlich mal 4 ist wiederum unendlich. Das ist nichts Neues, genauso wie vorher. Auf der rechten Seite haben wir oben Exponenten minus minus. Das ergibt natürlich plus. Das heißt, es steht letztendlich nur e hochunendlich da. Und e hochunendlich haben wir auf der rechten Seite geklärt. Es ist einfach unendlich. Also, entsprechend habt ihr dann hier unendlich mal unendlich. Und das ergibt natürlich unendlich. Also, das wäre das Ergebnis auf der linken Seite. Und damit hätten wir auch geklärt, wie sich die Funktion für x gegen minusunendlich verhält. Es gibt eigentlich an dieser Stelle nur noch zwei Sachen zu erledigen. Extremumwendepunkte. Und für diese Punkte brauchen wir natürlich die ersten drei Ableitungen. Deshalb habe ich jetzt so einen Zwischenabschnitt vorbereitet, wo wir erstmal die ersten drei Ableitungen bilden, die wir dann später gleich benutzen werden. Also, wir haben wieder links unsere Funktionen. Und in erster Reihe müssen wir entscheiden, welche Ableitungsregeln wir für diese Funktion brauchen. Wie wir bereits gesehen haben, haben wir hier ein Produkt aus zwei Termen. Und die linke und die rechte Seite beinhalten beide die Variable x. Und das bedeutet, wir brauchen die Produktregel. Also, ich habe sie hier rechts nochmal eingeblendet. Das ist eine Möglichkeit, sie so allgemein darzustellen. Und entsprechend wähle ich dann für 4x hoch 2 dann u und für e hoch minus x das v. Es ist auch völlig egal, wie ihr sie belegt. Also, wir legen jetzt los und halten uns an dieser Regel. u' ist dann entsprechend 8x mal v mal e hoch minus x. plus, dann kommt u, 4x² und dann kommt die Ableitung der e hoch minus x-Funktion. Bei der e hoch minus x kommt eine minus 1 nach vorne. Ich tue sie jetzt ordentlich in die Minusklammer hier setzen. Und die e-Funktion verändert sich beim Ableiten nicht. Also wäre das die erste Ableitung. Allerdings, weil wir jetzt noch die zweite Ableitung brauchen, müssen wir diesen Term noch vereinfachen. Also, auf diese Art und Weise will man auf jeden Fall noch nicht die zweite Ableitung bilden. Und im Zusammenhang mit der e-Funktion gibt es eine Taktik hier bei der Vereinfachung, die immer funktioniert. Weil sich die e-Funktion beim Ableiten nie verändert, also die äußere Funktion wenigstens nicht, bedeutet das, dass der e-Term oder der Exponentialanteil hier immer gleich bleibt. Und deshalb kann man ihn aus beiden Seiten ausklammern. Also, wir ziehen dieses e hoch minus x nach vorne. Auf der linken Seite bleibt dann nur noch 8x übrig. Und auf der rechten Seite haben wir dann 4x² mal minus 1. Das sind natürlich zusammengefasst minus 4x². Und dieser Term sieht da schon besser aus. Wir haben hier wieder ein Produkt. Und wenn wir das erneut ableiten wollen, dann müssen wir wieder die Produktregel anwenden. Also, wir sagen, das ist wieder u und das ist v und bilden jetzt die zweite Ableitung. Entsprechend haben wir dann e hoch minus x abgeleitet. Haben wir schon gesehen, es ist minus 1 mal e hoch minus x. Oder einfach nur minus e hoch minus x. Dann die Klammer schreiben wir vorerst ab. minus 4x² plus e hoch minus x. Und jetzt leiten wir den Inhalt dieser Klammer ab. 8x abgeleitet sind 8 und minus 4x² sind abgeleitet minus 8x. Und auch hier werden wir jetzt die gleiche Taktik verwenden. Also, wir klammern erneut dieses e hoch minus x raus. Um den Term natürlich zusammenzufassen. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite die minus 1 und diese Klammer. Also, wir haben dann minus 1 mal 8x minus 4x². Und auf der rechten Seite bleibt dann nur noch 8 minus 8x. So, wenn wir jetzt unsere große Klammer hier anschauen, ist ja klar, hier kann man noch ein bisschen was tun. Und entsprechend dann die innerste Klammer hier auflösen und die Terme noch ein bisschen zusammenfassen. Also, wir haben dann minus 8x plus 4x² plus 8 und minus 8x. Und ja, ein bisschen kann man das noch mehr zusammenfassen. Wir haben hier 4x² als einziger Term mit der hoch 2. Dann minus 8x. Minus 8x sind minus 16x. Und am Ende noch plus 8. Und mehr kann man für diesen Term nicht tun. Zum Schluss noch die dritte Ableitung. Die werde ich jetzt nur bilden und nicht mehr zusammenfassen. Wieso nicht mehr zusammenfassen? Die braucht man nur für die Überprüfung der Wendepunkte. Deshalb muss man sich nicht diese Mühe machen, die wir uns bei der ersten und der zweiten gemacht haben. Also, auch hier benutze ich erneut die Produktregel. Das ist U und die Klammer hier ist V. Und wir legen los. Wir haben dann minus e hoch minus x mal 4x² minus 16x plus 8. Und dann entsprechend plus e hoch minus x. Und jetzt wird noch diese Klammer hier abgeleitet. Und dann entsprechend 8x minus 16. Theoretisch könnte man auch das hier zusammenfassen. Wie gesagt, ist aber nicht notwendig für die Berechnung. Also, das sind die ersten drei Ableitungen. Und mit Hilfe dieser Ableitung werden wir jetzt noch die Extremumwendepunkte bestimmen. Und jetzt können wir loslegen mit der Berechnung der Extrempunkte, also der Hoch- und Tiefpunkte. Zur Erinnerung, wir brauchen dafür genau die ersten zwei Ableitungen. Die habe ich jetzt nochmal hier eingeblendet. Die haben wir gerade ermittelt. Und man fängt an mit der sogenannten notwendigen Bedingung. Das bedeutet, die erste Ableitung gleich 0 zu setzen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Nicht jeder Lehrer bringt es auf diese Art und Weise vor oder bei. Und deswegen, wenn ihr das mit den notwendigen Bedingungen nicht kennt, dann vergisst einfach diese Bezeichnung. Wichtig ist, dass ihr die erste Ableitung gleich 0 setzt. Und genau das werden wir jetzt auch machen hier. Also, ich schnappe mir von oben die erste Ableitung. e hoch minus x mal 8x minus 4x². Und das setzen wir gleich 0. Auch hier haben wir ein Produkt aus zwei Termen, was 0 ergibt. Also, es verlangt wieder diesen Satz vom 0-Produkt. Und wie wir bereits bei den Achsenschnittpunkten geklärt haben, e hoch minus x kann ja nicht 0 sein. Das bedeutet, dieser Ansatz bringt keine Lösung in sich. Deshalb kümmern wir uns um die rechte Seite. Hier haben wir dann als Inhand dieser Klammer 8x minus 4x² ist gleich 0. Beide Termen beinhalten die Variable x, deshalb können wir sie vorerst ausklammern. Und dann bleibt auf der linken Seite nur die 8 und auf der rechten Seite minus 4x. Und das Ganze ergibt 0. Und auch hier können wir erneut diesen Satz vom 0-Produkt anwenden. Das heißt, einmal die linke Seite, also einmal x kann 0 sein. Und das ist dann auch gleichzeitig unsere erste Lösung. Und dann die rechte Seite. Hier müssen wir minimal noch ein bisschen was umformen. Das heißt, beispielsweise die 8 rüberbringen mit der minus 8. Dann haben wir minus 4x ist gleich minus 8. Und dann teilen wir durch minus 4. Und somit ist die zweite Lösung x2 gleich 2. Im nächsten Schritt müssen wir überprüfen, ob diese Stellen hoch- oder Tiefpunkte sind oder maximal und minima. Und dafür brauchen wir sozusagen die hinreichende Bedingung, wenn ihr es unter dieser Bezeichnung kennt. Wenn nicht, kurz gesagt, ihr setzt einfach nur diese Werte in die zweite Ableitung. Und das werde ich jetzt auch hier unten machen. Also einmal die 0 in die zweite Ableitung setzen. Ja, das ist ein bisschen einfacher. e hoch 0 ist 1. Und hinten, wenn ich die 0 einsetze, bleibt nur noch die 8 übrig. Ja, 1 mal 8 sind 8. Dieses Ergebnis ist positiv. Deshalb haben wir an der Stelle 0 ein Minimum oder ein Tiefpunkt. Ich kürze es ab mit der p. Und dann müssen wir noch die andere Stelle überprüfen, die 2. Hier können wir ebenfalls in die zweite Ableitung oben einsetzen. Dann haben wir vorne eine e hoch minus 2 stehen. Mal, und wenn ich hier in der Klammer für x die 2 einsetze, müsste minus 8 rauskommen. Also haben wir dann minus 8 mal e hoch minus 2. Wichtig ist, dass hier nur schlussfolgert, dass die Zahl negativ ist. Und damit haben wir ein Maximum oder einen Hochpunkt. Und für unsere Skizze brauchen wir noch eine Kleinigkeit. Und zwar die y-Koordinaten dieser Punkte. Das heißt, wir nehmen diese zwei Werte oder Stellen, 0 und 2, und setzen sie hier oben in die Ausgangs- oder Anfangsfunktion ein. Entsprechend haben wir dann einmal f von 0. Das ist ganz einfach. Wenn wir für x hier 0 einsetzen, dann wird alles 0. Das sind dann auch automatisch die Koordinaten des Tiefpunktes. 0'0. Und dann noch f von 2. Gut, wenn wir oben die Funktion 2 einsetzen, dann haben wir 4 mal 2 hoch 2. Ja, das sind ja 16 mal e hoch minus 2. Wir könnten dieses Ergebnis auch so stehen lassen. Ist natürlich mathematisch alles in Ordnung. Allerdings wollen wir dann gleich eine Skizze anfertigen. Deshalb wäre es gut, wenn ihr diesen Wert ein bisschen in den Taschenrechner eintippt und herausfindet, welche Dezimalzahl ungefähr dahinter steckt. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und dafür habe ich näherungsweise 2,2 rausbekommen. Also, diese Dezimalzahl ist hilfreich, wenn wir gleich die Skizze machen. Und das waren die Extrempunkte. Und der letzte rechnerische Punkt, bevor wir die Skizze anfertigen, sind natürlich die Wrennepunkte. Gut, dafür brauchen wir die zweite und die dritte Ableitung. Die habe ich hier rechts nochmal eingeblendet. Kurze Erklärung. Aus Platzgründen habe ich die dritte Ableitung nochmal ein bisschen mehr zusammengefasst als der Zustand, den wir offen gelassen haben vorher. Und wir fangen natürlich wieder an mit den notwendigen Bedingungen, wenn ihr es unter diesen Namen kennt. Sonst einfach zweite Ableitung gleich 0 setzen. Und das machen wir jetzt auch. Also e hoch minus x mal 4x² minus 16x plus 8 wird dann entsprechend 0 gesetzt. Und auch hier können wir diesen Satz vom Nullprodukt verwenden. Die E-Funktion, wie wir ein paar Mal schon festgestellt haben, kann nicht 0 sein. Deshalb bleibt uns nur diese quadratische Gleichung übrig, die leider ein bisschen nerviger ist als die bei den Extrempunkten. Also, man könnte sie auch gleich lösen, aber es empfiehlt sich wegen den Zahlen nochmal das Ganze durch 4 zu teilen. Dann habt ihr halt gleich ein leichteres Leben. Dann ist das hier die neue Gleichung, die wir lösen müssen. Und hier gibt es Auswahl. Also, ihr könnt quadratische Ergänzungen nehmen, ihr könnt die PQ-Formel nehmen oder die ABC- oder Mitternachtsformel nehmen. Ich entscheide mich jetzt für das, was ich am häufigsten benutze, für die ABC-Formel. Ihr könnt allerdings die Gleichung lösen, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr kommt auf die richtigen Ergebnisse. Also, wenn ich jetzt die ABC-Formel verwende, dann habe ich hier 4 plus minus Wurzel aus 4 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal 2. Ich habe es jetzt ein bisschen so ausführlicher geschrieben, durch 2 mal 1. Entsprechend wird zuerst dieser Term unter der Wurzel zusammengefasst, auch die sogenannte Diskriminante. Und da haben wir 4 hoch 2 sind 16, minus 8 bleibt 8. Also, leider diesmal keine schönen Ergebnisse, weil 8 keine quadratische Zahl ist. Man könnte hier teilweise Wurzel ziehen, eine 2 aus der Wurzel rausziehen und dann mit der unteren 2 kürzen. Aber der Taschenrechner macht das auch für euch, also dieses teilweise Wurzel ziehen. Und wenn ihr das in den Taschenrechner einmal mit Plus und einmal mit Minus eintippt, dann habt ihr als Ergebnisse einmal 2 plus Wurzel 2 und entsprechend als zweite Lösung einmal 2 minus Wurzel 2. Das sind zwar gültige Lösungen, aber damit können wir leider nicht sehr viel anfangen in ein Koordinatsystem. Deshalb empfehle ich an dieser Stelle mal wieder alles in den Taschenrechner einzutippen. 2 plus Wurzel 2 sind näherungsweise ungefähr 3,41 und 2 minus Wurzel 2 dann entsprechend 0,59. Natürlich müssen wir auch diese Wendestellen überprüfen, das heißt sozusagen die hinreichenden Bedingungen. Und dafür setzen wir diese zwei Werte in die dritte Ableitung. Ja, die Zahlen sind Spitzen hier wirklich nicht mehr feierlich, deshalb habe ich das auch mit Hilfe des Taschenrechners erledigt. Näherungsweise habe ich, wo ich 2 plus Wurzel 2 eingesetzt habe, 0,37 rausbekommen. Und die Zahl ist eigentlich völlig egal, Hauptsache sie ist verschieden von 0. Das ist die Existenzbedingung für die Wendepunkte sozusagen, dass die Zahl, die dabei rauskommt, verschieden von 0 ist. Und beim Einsetzen von 2 minus Wurzel 2 kam ungefähr minus 6,23 raus. Das ist natürlich ebenfalls eine Zahl, die verschieden von 0 ist. Damit existieren die Wendepunkte. Und im letzten Schritt können wir dann die y-Koordinaten bestimmen. Dafür setzen wir diese x-Werte, also dieser 2 plus Wurzel 2 und 2 minus Wurzel 2, in unsere Anfangsfunktion hier oben ein. Also f von 2 plus Wurzel 2, das habe ich ebenfalls mit Hilfe des Taschenrechners erledigt. Da kommt näherungsweise 1,54 raus. Und f von 2 minus Wurzel 2 ergibt dann näherungsweise 0,77. Damit haben wir auch unsere Wendepunkte. Der erste Wendepunkt, ich bezeichne es als W1, hat die Koordinaten. Ich schreibe jetzt die Dezimalzahlen hin, weil das sind die, die wir brauchen für die Skizze gleich. 1,54 und unser zweiter Wendepunkt hat dann die Koordinaten 0,59 und die y-Koordinate 0,77. Und jetzt noch die Skizze. Wir tragen alles zusammen, was wir bis jetzt berechnet haben. Also eine Symmetrie-Eigenschaft gab es nicht, aber dafür gab es eine Nullstelle bei 0,0. Dann das Verhalten Unendlichen. Entsprechend noch Tief- und Hochpunkt und die zwei Wendepunkte, die wir gerade berechnet haben. Ihr seht, alle Zahlen liegen so mehr oder weniger im positiven Bereich. Und zwar, das sind keine große Zahlen. Deshalb habe ich jetzt so ein Koordinatsystem gewählt. Und wir tragen hier die Sachen ein, die wir kennen. In erster Reihe die Punkte. Also wir haben eine Nullstelle bei 0. Und diese Nullstelle ist auch gleichzeitig ein Tiefpunkt. Deshalb steht ein T darunter. Dann der Hochpunkt hat die Koordinaten 2 und 2,2. Hier näherungsweise eingetragen. Und die zwei Wendepunkte. Das wäre der erste Wendepunkt und das der zweite. Und natürlich könnte man, wenn man es bräuchte, noch ein paar mehr Punkte mit Hilfe der Wertetabelle rauskriegen. Wenn ein Taschenrechner erlaubt ist oder auch so eine Wertetabelle machen. Aber lieber man orientiert sich noch ein bisschen an diesem Verhalten Unendlichen. Der sagt uns, auf der linken Seite fängt die Funktion von oben an. Und auf der rechten Seite für x gegen plus Unendlich nähert sich die x-Achse. Das bedeutet, wenn wir das noch berücksichtigen, dann wird unsere Kurve so ungefähr aussehen. Dieses Verhalten gegen Null kann man hier nicht so gut sehen, weil das tritt erst ein bisschen später ein. Und ich hätte viel, viel weiter nach rechts zeichnen müssen. Aber alles was wichtig ist, ist hier erkennbar. Das wäre dann die Skizze und damit die Kurvendiskussion fertig. Noch einen kurzen Hinweis, wenn euch einer dieser hier behandelnden Themen Schwierigkeiten bereitet. Passende Tutorials zu allen Themen findet ihr jetzt gleich am Ende dieses Videos im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht.